Heyo Leute, was geht? Mein Name ist Johannes Zott und willkommen bei Dead Cells. Ich habe das beim Zombie gesehen und ihr kennt mich. Wenn es irgendwas mit Ähnlichkeit mit Dark Souls hat und es auf Steam gibt, dann muss ich zuschlagen und es ist so ähnlich wie Weining of Isaac, dass man da durch so Dungeon gehen muss und da denke ich mir so, ja, ist cool, ist cool. Und ich bin nicht alleine, ich habe nämlich noch einen kleinen Kumpanen bei mir, der jetzt einen PC hat und jetzt viel, viel bessere Videos macht als ich, also schaut bei jedem vorbei. Es ist nämlich der liebe Crafting of X. Ich muss bloß gucken, ob ich hinbekomme mit Aufnehmen. Bald kommt Deutsch. Oh, das ist toll. Vielleicht noch ein kleines bisschen. Tut mir leid, wenn es viel zu leise ist. Tut mir leid. Auf jeden Fall, machen wir jetzt mal einen neuen Run. Ich kenne die Story nicht, vielleicht werde ich sie irgendwann mal rausfinden, aber ich spiele das gerade mit Tastatur, weil mein ein gefakter PS3 Controller halt nicht für Xbox halt so. Space to Jump, Use with Weapon. Ich glaube, die Schrift habe ich ja gesehen, der war so Rollen und so kann man die Tür aufbrechen. Space, Space, Double Jump, lost your head with you, did you? Ja. Punkt, Punkt. Ja. Well, nothing to say for yourself. Was gar nichts zu dir zu sagen. Oh, well, um, yes, I see a problem. So, yes, you find yourself back here. But seriously, you, you must have nothing. You can no longer die. You still don't understand. It was like a dystrophy another for a while. What the fuck? Ach, egal. Wir nehmen, glaube ich, den Bogen. Den können wir dann... Okay, das ist cool. Oh, da haben wir schon einen getötet aus. Reaktivation. Andere Richtung, mein Kleiner. Aua. Ausweichen wir auch klug, Johannes. Ja, ja, ähm, ja, schon ein bisschen beschissen mit, ähm, Katastatur, aber das hält uns nicht auf, es zu spielen. Warte mal, ich glaube, es gab da irgendwie so ein Geheimnis, das habe ich bei Zambi schon gesehen, ich weiß. Wow. Warte mal. Bogen. Haha. Siehst du, kannst du wohl noch nicht. Nicht mit Zambi? Das habe ich nämlich je gesehen. Man kann dann nämlich, glaube ich, wo... Ne, wie kommen wir da hoch nochmal? Fuck, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das kann man bei... Was anderem erreichen. Egal. So. Gehen wir. Gehen wir auf eine wundersame Reise, wo wir ganz viel Spaß haben werden. Hm. Spiel ist schon echt schön, muss man sagen. Hat seinen Charme. Ey, wir werden so hart sterben. Aber eher eine Falle. Okay, cool. Aber ich möchte mehr geileren Shit. Ja, mit dem Bogen will man, glaube ich, öfters mal kämpfen. Aber der ist schon echt ziemlich cool. Kann man meinen. Ah, andere Richtung. Ich muss das noch ein bisschen... Ich muss das noch ein bisschen mit der... Äh, mit der... Dings noch kapieren. Ich bin nicht so... Ja, it hurts really hard enough, but I don't care about. Wooh, Secret. Ja, ein bisschen Money. Gibt's hier irgendwas Cooles? Boah, ich weiß nicht. Ich bin so dumm. Okay. Kann man gleich mit besser fertig machen. Ah, unsere Falle stimmt. Die können wir auch mal einsetzen. Guck mal. Okay, der kann mich hier so ein bisschen stackern. Boah, das ist gut. Äh... Ja. Ja. Ah! Ah, ja stimmt. Oh. Ja? Ah! Ja? Ja? Oh. Ja, ich bin immer kurz weg. Marc, was ist? Ich bin immer kurz weg. Okay, ciao. X redet ja nicht so viel. Er ist ja nicht so ein gesprächlicher Typ. Aber ich bin ein gesprächlicher Typ. darum rede ich jetzt mal ein bisschen mehr weil auf das gameplay muss man sich halt auch so open door ich kann immer die tübe merkt waren das ist ja gut okay wir können jetzt immer wieder kommen okay back already hm well it doesn't seem um be all you well for you um hm have you nothing just seems a little different each time nothing i could think uh where um eastland is live alive i wonder if what you you make of all this i kill you cool skelett auf jeden fall okay wir sind jetzt kein so guter profi wie natürlich zombie aber wir probieren einfach mal irgendwas draus zu machen ja schon toll ja stimmt wir können auch so schlagen das ist cool you cannot open nein das ist scheiße oh da haben wir grad zu oh secret nice oh geil 1000 oh money 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 ah ich hoffe ich übersteuere hier nicht wenn das ist mir leid oh money hey wir müssen dann mal zum shop gehen okay man sieht ich bin profi man merkt es dass ich das spiel nicht vor ein paar minuten runter geladen habe ich doch nicht aber es gibt schon bessere beispielsweise zum beispiel zum beispiel zum beispiel zum beispiel vorbei das ist ein toller typ der ist nice der macht richtig nice videos und ja hat sehr viel spaß ähm ich weiß gerade mal ob die crafting effects jemals wieder zurückkommen wird aber ich schätze jetzt eben nicht aber ist das ja nicht schlimm ihr habt ja mich mich opfer auf jeden fall ah da ist wieder die waffe also unnötiger ist fuck au das tut weh ah das haben wir so ein bisschen gestunt jetzt haben wir einen neuen skill jetzt können wir glaube ich ein bisschen schneller zuschlagen kapper ich kenne mich mit diesem spiel super gut aus ähm hashtag i'm not here ich muss mal ein bisschen mehr mit shift arbeiten arbeiten zack stirb er auf öffnen oh kiste zack oh granate wuuu eh erstmal ah die können auch so schlagen interessant oh oh nein du äh ja ja man man lässt das sachen auch dann wieder ja space okay so jetzt haben wir oh oh die sind schon viel besser warte mal ähm kann ich mal ähm das war blöd ähm wir können ja unseren bogen ja mal ablegen oder ja da können wir so da können wir so halbwegs oh das ist cool oh das ist eine coole taktik oh das spiel oh das spiel gefällt mir tatsächlich auch wenn es noch nicht draußen ist und das glaube ich wird es noch nie kommen oh ja stimmt die machen ja so bluten schaden warte äh oh 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 wie geil boah das war eigentlich grad richtig cool warte mal eh äh hat jetzt nicht so gut jetzt wieder nach rechts geht dann steigen wir hier kurz hoch und schmeißen uns die granate in his face einfach ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich bin gott ich weiß ich weiß kappa man durch wende ist unfair wie es dir weiß der war noch hier auf der anderen seite noch vielleicht oh oh jetzt sind wir bei denen oh ja äh elektrik wein oh das ist cool eisblast ähm aber erstmal ja ja und was ist das ich bin wieder da hi mark ähm ich erleb grad mhm ich erlebe grad echt wunderschöne Zeiten oh ich hab hier erstmal ne fasspause fresspause was äh fasspause also bier ohne eigens ah ok oh das ist cool oh das ist richtig cool mag du musst mein part schauen everything is for sale what can i do for you something is hanging around i know it i'm get old aber danke jetzt haben wir mir die coole waffe nice ja das werde ich mir auch später spätestens mal holen wenn mir der mag der crafting fix ist mir schenkt weil ich ich bin klug ich bin gestorben und zweit mal schon ähm ja ich weiß leute wenn ihr was gutes sehen würde dann schaut bei zombie vorbei weil der der kann das also verzeiht mir aber aber this is i'm going to pretty win it's done uh-huh uh um 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 isn't it did you doing ah yes of course you are walking on it like all rest if I guess oh summer dead again yeah I know what what if you done yes I know all you little secrets and nothing at all down in my little book es geht es ist es auch noch ein paar sachen so so ein bisschen komisch beispielsweise bis jetzt soll ich mir so wie die mal angeschaut er war einfach so immer wenn wir immer wenn wir halt irgendwas gegessen haben muss man irgendwo hinschauen und dann sieht man einfach so ein schwarzes ein schwarzes ich halt von uns das war ich halt ultra interessant und ja was 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 ach so ach so ach so stets okay okay einfach mal ich habe keinen bogen genommen warte mal was der bogen nehmen ehrlich oh gott dann kann man die anderen nicht erwischen coole combo so ich verstehe schon die hälfte bevor ich irgendwie was erreicht habe oh gott das wird lange das wird lange das wird ein langeregiges spiel aber das wird spaß machen warte hier wäre jetzt ein secret aber man kann sich auch mal irren ach gott ne ich alter boom ist scheiße tut mir leid aber nee nee ja kann schon sagen ich bin scheiße aber kann man was daran ändern nein aber dann schauen wir uns halt näher hier so rum ähm ich glaube die parts werden ein bisschen länger sein boah sagen wir mal 25 minuten mindestens und sonst erreichen wir hier halt gar nichts achievements der to open dann gehen wir hier mal kurz runter dann machen wir den pfeil und dann schließen wir erst mal mann ne ich weiß nicht wie ich richtig ausweichen sollte das habe ich bis jetzt hab ich kapiert diese mechanik und ist es verdammt heiß in bayern verdammte scheiße ich sterbe hier auf mein dachboden ähm ne minik hat seine wunderschöne klimaanlage aber ich noch nicht ich habe noch niemanden wie die nato hier ich sterbe leute das heißt ich werde schon ich gehe runter bei 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 ähm ja der max spielt nebenbei CSGO das hat er ja schon erzählt aber ich bin ich bin vergesse dich kennt man ja ja schon cool das spiel muss ich schon sagen und ich hoffe dass das spiel nicht so laut ist weil sonst ja wer der hört ihr jetzt ein glaubtes spiel ja nehmen wir mal das okay okay ach so ähm okay okay verstehe schon ja kick und smash mach ich auch nicht ähm ist normal bei bei neuen spielen dafür brauchst du nicht dich nicht zu schämen ähm das werden wir irgendwann mal später fahren äh äh ähm bis du zu spieler im verlauf kriegen wir kriegen wir so eine fähigkeit dass das sich die ranken machen kann habe ich alle schon bei zombie gesehen also also ja es tut mir leid da können wir glaube ich irgendwann was du spieler zu teleportieren einfach an diesen sakofahren der markt weiß ich ja weiß einfach nur oh hä 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 was war das grad you've all trotted of the god take on the little hit on your enemies limit to was hä hä was hä was was hab ich ja bekommen was ist das ja schild wow was kann ich jetzt damit machen jetzt fühle ich mich jetzt geil immer mal kurz was kann das jetzt ja das kann man ja mal mitnehmen geiles geld aber ja was ist das jetzt ich brauche mal halt meinen bogen weil ich was sonst was hab ich ich bin auch mal kurz weg ja mach das mark mark muss sowieso erstmal ein bisschen kacken fliegen sie langsam runter das ist mega geil ne ne warte mal äh wir können mal kurz das portal benutzen wenn wir es schon hier haben ehrlich ja wo kommen wir jetzt da hin wir könnten ja wie funktioniert das hä ähm johannes ein ah achso ja perfekt okay dann gehen wir mal hier runter was wir sind auch scheiße ich bin müde ich bin müde beim nächsten paar was besseres zu kriegen aber tatsächlich das ist immer noch ein bisschen viel von prisoner aber ich mag das spiel tatsächlich das ist ziemlich cool ich nehme jetzt mal schild ja nehmen wir mal schild wir wollen mal was anderes haben wir gehen auf course so ninja ich bin ein bisschen blöd tatsächlich 30.000 so ein scheiß herz bekommen natürlich ja wir machen jetzt mal ein bisschen schneller los 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 ist eigentlich recht praktisch tatsächlich so gehen wir hier mal runter zack 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 oh was ist das? Toxil... Toxik-Dings Jonas? Ja? Ich leg mal kurz auf Head by Wir brauchen ihn sowieso nicht Ja ähm... Frag mich Warte... So Aber das Spiel ist schon echt geil, muss ich sagen Ja... Wenn wir jetzt nicht die Profis sind, das Spiel macht schon echt Bock Also... Spiele nämlich... Ich laufe grad wieder in die falsche Richtung Schau da oftmals nicht auf das Dings Ja, tot Äh... Was ist jetzt hier? Eeeh... Was kriegen wir jetzt? Äh... Strangskill... Was? Schon have tatsächlich Ich hätte gedacht, wir werden jetzt vollgeheilt Ey man... Aua... Cool... Ähm... Was ist das? Möchte ich jetzt tatsächlich nicht aufmachen? Tut mir leid Yay... Oh Gott Oh Gott, jetzt kommt... Jetzt kommt... Jetzt kommen die allen Jetzt halt... Jetzt halt... Jetzt werden wir zerstört Ich spür schon, wir werden zerfickt Oh Gott... Oh Gott... Oh Gott... Oh Gott... Oh Gott... Wooo... man ist es ja kaffee man diese punkten macht mir immer mechanik sprachgebrauch gebrochen die verwirren mich komplett verdammt scheiße oh gott man ich will ich bin im apfel man ich möchte heute ein bisschen ach gott wir werden sterben mann wir haben wirklich keine waffe bekommen mann wie scheiße immerhin da nach oben bitte scheut das mit da oben weiter vielleicht war da was damit es hat auch immer da unten auch wenn man jetzt halt einfach keinen job finden und sowieso sterben also also warum nicht ja immer die ja kaufen wir mal er danke was ist das jetzt was kann das jetzt am net ist powerful and have a wonderful karotte unser lieben ist gerettet kappa leute wir haben eigentlich richtig verkackt ja wir sehen uns beim nächsten mal wieder ich hoffe ich hatte in den park gefallen wenn dann lassen leid da und tut mir leid dass ich nicht so gut mit dem bin aber es tut mir leid einfach kappa wenn ja noch mal kurz irgendwas versuchen und schauen halt ob wir irgendwas tolles finden aber jeder einfache scheiße schwer verdammt man kennt ja dankeschön ja wir machen jetzt nicht noch nie hier im jahrzeit bastel nämlich jetzt auf hatte so auf jeden fall so ja wir sehen uns beim nächsten mal wieder schaltet wieder ein